Hallo, wir machen noch nen entspannten heute. Das war's für heute. Oh, ich habe kein Wasser mehr. So. Prost. 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 So. Was brauchen wir denn hier noch? Oh. Zehn Oh 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 So Dann machen wir hier weiter Oh 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 Okay. Kaufe ich drei davon. Eins, zwei, drei. Kaufe. Und den Essensvorbereitungstisch. Oh. Kaufe. Kaufe. Das war's für heute. Brotteig? Haben wir denn hier schon Bier? Okay, dann will ich ein Fass herstellen. Und hier. Hm. Oh. 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 Das war's für heute. So. 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 Teppich. So. 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 Moin. So. 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 Hast du dir den Helm aufgesetzt? Okay, was ich dann... Du musst richtig selbst Schaden erleiden. Das heißt, ich habe mir einen Zombie gespawnt. Oder mehrere. Und mich angreifen lassen. Und dann mit einem Bienencatcher. Weil die können sterben. Also ich habe einen Bienencatcher mit einer hohen Range hingestellt. Und ähm... Oh. Ja. Und dann musst du einfach ja nur Schaden bekommen. Ich weiß aber nicht, ob du deine Rüstung ausziehen musst. Was ist das? Hm. Mir fällt gerade auch nicht ein, was es sein könnte. Ja, also wenn es frustrierend wird, dann würde ich das genauso machen. Also habe ich ja auch so gemacht mit einigen Sachen. Nun die Wasserbiene vermehren, okay. Was fehlt dir denn? Wofür brauchst du denn die Wasserbiene? Okay. 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 Ich habe das glaube ich mit der Prismarine Bee gemacht. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Wo ich entspannen kann. Jo. Jo. Und jetzt spielen wir ein Bargame. Ja. Ja. Das ist entspannend für mich. Ja. 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 Okay, das ist ein bisschen sehr nervig. Oh! So! Oh! Oh! Nice! Oh! 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 Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So. ... 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 Okay. Welche Jahreszeit haben wir eigentlich? Oh, Frühling. 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 Ich weiß nicht, was das hier heißt. Grimm won oder so? Grem Won oder so. Okay, das ist schon so spannend. Oh, Frühling. Ich weiß nicht, was das hier heißt. klar die ja irgendwie sowas bierpuncher bierpuncher so ich mach mal eben hier die klimaanlage an das ist hier übelst warm drin also bis gleich so 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 Okay. Schuss. Vielen Dank. Cool. Cool. Oh, warum das? Hau raus. Cool. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, nice. Einstellbares. Ich kann Personal einstellen. Ja, genau. Da hast du recht. Also die Bienen High Productivity über die Kamikaze und Any Weather über die Water Bees. Ja, genau. 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 Oh, ja, ey, komm, aber wenigstens ist dir das aufgefallen, da sollte es ja schnell behoben sein. Ich wollte ja hier noch gucken. So, man kann jetzt Personal einstellen. Hier kannst du deine Bewerber sehen. Es gibt vier Arten von Angestellten, die kannst du von jeder Art, du kannst aber nur von jeder Art einen einstellen. Mitarbeiter können bis zu drei positive Eigenschaften und eine negative Eigenschaft haben. Wenn sich dein Ruf verbessert, kannst du bessere Mitarbeiter mit besseren Eigenschaften einstellen. Okay. Hier siehst du die dir verfügbaren Expertenpunkte, die du nutzen kannst, um Eigenschaften eines Angestellten zu verbessern. Die Stundenlöhne des Mitarbeiters findest du hier auch. Sobald sie eingestellt sind, kannst du den Lohn verringern, indem du die Level ihrer Eigenschaften mindest oder Aufgaben aus ihrer Verantwortung. Okay. Okay. Türsteher. Okay. Wir wollen erstmal einen Barkeeper. So, preis auf langen Greifte und die serviert werden. So, preis auf langen Greifte und die serviert werden. Weiter verwalten. Mitarbeiter kommen zur Arbeit, wenn du die Taberne öffnest und die Aktivoption ausgewählt hast. Wenn du sie abwählst, kommt der Mitarbeiter nicht in die Taberne und wird auch nicht bezahlt. Okay. Hier entscheidest du, welche Aufgaben dein Mitarbeiter erledigt. Wenn du Aufgaben deaktivierst, hört der Mitarbeiter auf, sie zu erledigen. Sein Lohn wird von seinen Aufgaben beeinflusst. Je weniger Pflichten er also hat, desto niedriger sein Lohn. Okay. Indem du Expertenpunkte verteilt, kannst du die Eigenschaften eines Mitarbeiters verbessern. Soweit es freigeschaltet ist, kannst du jedes Level dieser Eigenschaft bei diesem Mitarbeiter aktivieren. Ein niedriges Level verringert den Arbeitsbonus, verringert aber auch das Gehalt des Endes. Okay. 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 Dann gehen wir mal schlafen. Irgendwie hört sich die Klimaanlage komisch an, einen kleinen Moment. Und dann gehen wir mal schlafen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, okay Ah, ich guck mir das gleich mal an Oh, wir können jetzt Kohle herstellen. Oh, wir können jetzt hier. Oh, wir können hier. Ah, okay. Ja, also der große Vorteil war echt die Muscheln zu finden. Die haben echt gut was gebracht. Oh, wir können hier. Oh, wir können hier. Öl. Äh. Ja. Hast du mal hier in den Shop reingeguckt? Nee. Okay. Äh. Keine Ahnung. Ja, ich hab kein Gold. Mal gucken. Okay. Okay. Oh. Oh. Das kann ich dir nicht sagen, aber mir fällt da gerade was ein. Guck mal, hier unter Bauen kannst du Sachen freischalten. Und du kannst hier noch eine Destille freischalten. Und ich habe irgendwo eine Presse gesehen. Und was ich noch... Was du vielleicht machen kannst, ist... Warst du schon in der Höhle der Kneipenwirte? Wenn du hier oben zum Beispiel mal kiekst... Dann durch das Portal hier. Das weiß ich halt nicht. Ob man hier noch irgendwas anderes findet. Also wenn du jetzt... Öl. Okay. Ich denke mal, du musst wirklich... Da irgendwie gucken. Kartoffeln und Öl. Ich denke halt auch wirklich die Presse... Und die konntest du, glaube ich, kaufen. Oh. Äh... Joa. Dann bin ich auch überfragt. So. Das ist mal hier. Hier, guck mal. So. Also. Das war's für heute. Ja, ich glaube, das ist auch einfacher. So, wollen wir mal aufmachen? Oh. Holen wir noch eben Wasser ein. Ja, okay, dann reicht das ja völlig entspannt, wenn du noch viel Gold hast. Ja, die müssen halt nur Tag und Nacht nicht draußen sein, sondern nicht die Möglichkeit haben, in ein Nest zu gehen. Ich glaube, dann kriegst du die einfach. Diesen Tag-Nacht-Bonus. So. Oh. Oh. Shhhhhh Wo sind meine Mitarbeiter? Geht weiter Geht weiter Gemäter Gäter Gäter Geht weiter Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ja cool. Das ist ja cool. Oh, ein Mitarbeiter macht eine Pause. Manchmal gehen Mitarbeiter an die Schlucht, um sich zu uhlen. Okay, wenn die Pause zu lange dauert. Okay, das ist ja cool. Okay, super. Okay, das ist ja cool. Okay, das ist ja cool. Okay. Okay, das ist ja cool. Okay, dann... Wir haben Puerfekt. Okay. Okay, das ist ja cool. Okay, das ist ja cool. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Okay. So, dann laufen wir mal unten ans Meer. So, ab nach unten. So, ab nach unten. So, ab nach unten. So, ab nach unten. Oh, keine Mischellen. Das ist schlecht. Oh, ich kann Müll bringen. Okay. Okay, dann geben wir doch mal Müll ab. Ah, das ist die große. Okay. 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 Amen. Ich habe so eine Halterung gebaut. Hier, da konntest du so einen Fässerstand bauen. Ich habe so eine Halterung gebaut. Ich habe so eine Halterung gebaut. Hier beim Bauen hatte ich das hier. Oder hier. Auf jeden Fall konntest du hier diese Schmiedebank herstellen. Und hier reinstellen und dann konnte ich das sofort herstellen. Das könnte auch Level sein, aber du bist ja über mir. Ich habe so eine Halterung gebaut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, hast du es denn jetzt bekommen oder nicht? So, hast du es denn? So, hast du es denn? So, hast du es denn? Ja, it's over. Ja, it's over. Ja, it's over. Yeah. 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 Das war's für heute. 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 Diese Stiefel, die du finden kannst oder ausbuddeln kannst. Das war's für heute. 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 So... Das war's für heute. 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 So... Und... Und setzt es dann... Ich weiß nicht, wie... Das war's bei... vielleicht... Das war's für heute. Und... Das war's für heute. Doch... Doch... Das war's für heute... So... 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 Das war's für heute... Das war's für heute... Das war's für heute... Und... So... Und... Das war's für heute... Und... Das war's für heute... Das war's für heute. So, dann gucken wir hier unten, damit wir vielleicht noch ein paar Muscheln uns holen. War ich schon hier heute? Nee. Shetan. Aber hier, du musst mit Wilson öfters reden. Der gibt dir dann übrigens die Möglichkeit, den Müll zu verhauen. Ich weiß aber nicht, ob Algen dazu zählen. Aber zumindest Stiefel. Das ist geil. Okay. Also. Grinder. Und hier ist dann jetzt so eine Truhe. Zählen Algen auch dazu? Nee. Okay, ich hab nur den Stiefel verbrochen. So. Niaum. Okay. 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 Doppelhopfen. 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 So, können wir was mit Champions kaufen? Doppelhopfen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und so. Oh. 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 Und das war's. Oh. 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, da kommen keine Leute hin. Ah! Okay. Fürs nächste Mal müssen wir auf jeden Fall hier unten die Plätze anders hinstellen. Ja, nee, die sind hier zu nah an der Wand, die können da nicht reinsteigen. Okay. Oh! Die hat Pause gemacht, hab ich gar nicht mitbekommen. Wie hast du die gedreht? Also doch nicht so, sondern so, ne? Nee, ich mein... Oh Gott, wie weit kann man die denn hier reinstellen? Du hast die dann so hingestellt und nicht so wie ich die jetzt gerade habe, ne? Loll. Oh. Okay. 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 Krass. Da muss ich dann gleich mal gucken. Ja, merke ich bei mir jetzt auch schon. Okay. Okay. Aber erweitern geht ja erst ab Stufe 10 oder? Hallo? Ah, okay. 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 Das erklärt den Fehler. Hmm. So. Hier konnte ich noch buddeln. Welches Level bist du jetzt mittlerweile? Ah, jetzt gehts. Muschel. Messermuschel. Oh, was ist das denn? Ein Stiefel. Ah, okay. Die kann ich da alle reinschmeißen. Richtig geil. So. 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 Das war's. So, was denn jetzt? So, was denn jetzt? So, was denn jetzt? So, was denn? 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 Okay. Das war's. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hoffe, mit Stufe 7 kriegen wir neue Belegungen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wieder Trillrock. Das ist schon net groß, sag ich jetzt mal. Das ist schon und Und... ...bäunen? Ah, ich brauch Wasser. Erdbeer Zitronenbier. Oh, Gott. Okay, was brauch ich für... Zweimal Nägel, zweimal Schiniere. Oh, Gott. 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 Gerbehälter. Nice. Lockstab. Holen wir doch mal Steine. Gucken wir mal, ob die Malmaschine hier noch weitere Fähigkeiten hat. Nee. Wo kann man denn Mörtel herstellen? Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, holy. Oh. Ein Mischtank. Ein Mischtank. Ein Mischtank. Ein Mischtank. Holz fährt. Ein Mischtank. Ein Mischtank. Woher bekomme ich Mörtel? Ach. Über den Mischtisch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ein Mischtank. 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 Dann gucken wir mal, was wir hier so vorantreiben können. Dann gucken wir mal, was wir hier so vorantreiben können. Dann gucken wir mal, 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 dann gucken wir mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Frage ist wirklich, wenn ich jetzt hier gucke, Maximalbelegung und wenn ich dann Stufe 7 bin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nicht die Einzige und einbringen Als erstes müssen wir den Platz schaffen, den wir brauchen. Wähle den Boden hinzufügen, Pinsel in der Werkzeuge und bau den grünen. Okay Die gerade erstellten Bereich wurde noch keine zu uns zugeteilt. Um weitere Vermittlung für deinen Kunden zu, brauchst du der Raum bloß einen Zugang und darf im Inneren keine zugeteilt sein. Leertaste Dieser Raum erfüllt alle Anforderungen. Gehe einfach Zugangsmittel, Werkzeuge, Mietzimmer, Tür, markiere Bereich drauf, Mietzimmer. Okay Die hier Durch das Platzieren der Mietzimmer wurde Raumort zu einem Mietzimmer. Diese lässt sich nicht ab, einer bis die Mietzimmer. Okay Damit ein Kunde über Nacht bleibt, muss das Mietzimmer über ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und eine Lichtquelle verfügen Diesmal geben wir dir alles, was du für nötigst. Drücke B um den... Okay Das Mietzimmer ist bereit, solange die Mindestanforderungen zutreffen können gestern... Okay Herzlichen Glückwunsch, du hast nun alles, was du für eine Traverne brauchst, um deine Änderungen zu finden. Drücke Bestätigungen, wenn du dich die Sudwender durchgeführt. Okay Ja Gott, oh Gott, oh Gott Das ist alles. Verbesser deinen Ruf als Gastwirt, um Zugriff auf neue Beurteile zu haben und vergiss nicht die Materialien der neuen Sudwender vor dem... Okay Rezeptionist Das war's für heute. Das war's für heute. So, und ab ins Bett. Noch nicht. Oh. Danke schön. Das wünsche ich dir auch und fahr vorsichtig und dann schönen Abend und dann gute Nacht nachher, ne? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, und dann eröffnen wir mal wieder. So, und dann eröffnen wir mal wieder. So, und dann eröffnen wir mal wieder. Okay. 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 Uh, wait. Okay. Die. 葉. So, und wir müssen jetzt ordentlich... Oh, du hast eine Bestellung für den Zimmer, so etwas an der Rezeption. Bestellungen aus dem Zimmer werden an der Rezeption angezeigt. So, und wir brauchen irgendwas bei 4 Gold oder so, um einen Mischtisch zu bauen. Oh. Aufbauen wie bei jedem Game und ab und zu kommt eine Riesenwelle, da muss ein... Da muss in ein stabilem Gebäude... Ah, okay. Also sowas wie eine Tsunamiwelle und du wirst dann überrollt. Okay. 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 So. Oh. Ah, okay. Hört sich aber nach einem interessanten Prinzip an. Oh, okay. Ah, okay. Vielleicht warte ich dann doch eher. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. 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 Okay. Raum reinigen noch. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Und neues Wasser holen. So, und ich würde mal eben eine ganz schnelle Pause machen und einmal die Klimaanlage wieder abbauen. Und dann noch fix auf Klo. Also, bis gleich. Und dann noch fix auf Klo. 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 Was der Strand sagt. Und dann noch fix auf Klo. So, gibt es noch fix auf Klo. So, gibt es hier noch irgendwas? Und dann noch fix auf Klo. 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 Was ist das? Hehehe 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Oh, Bestellung wurde geliefert. Kann ich die auch reinsch... Hier ist es ein Video. Gibt es was beim Böding was Besonderes? Gibt es was beim Böding was Besonderes? Gibt es was Besonderes? Gibt es was Besonderes? Gibt es was Besonderes? Ich gucke mir gerade so ein bisschen die Anleitung. Gibt es was Besonderes? Okay, da habe ich jetzt nicht viel bei gelernt. Ich kann das reifen lassen. Hmm. Hmm. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe vergessen, dass Fans die Bude zu putzen. Ich habe vergessen, dass Fans die Bude zu verabschieden sind. Ich habe vergessen, dass Fans die Bude zu verabschieden sind. Ich habe vergessen, dass Fans die Bude zu verabschieden sind. Ich habe vergessen, dass Fans die Bude zu verabschieden sind. Ich habe vergessen, dass Fans die Bude zu verabschieden sind. Ich habe vergessen, dass Fans die Bude zu verabschieden sind. Ich habe vergessen, dass Fans die Bude zu verabschieden sind. Ich habe vergessen, dass Fans die Bude zu verabschieden sind. Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh! 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 Oha Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh Okay, okay Okay, ja Lässt sich nicht an Sights und Süssfall wechseln So Okay, schon Okay 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 Dann testen wir mal voneinander Oh Okay Okay Wie angelt man Oh 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 Gott Das kann ja nur nervig werden Okay 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 Nice Okay 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, nice. No. 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 Äh... 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 So... Äh... 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. So, dann beinen wir wieder ordentlich. Und sammeln wieder alle Ressourcen ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh! ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, gibt es hier noch irgendwas zu finden? Oh, okay! Oh, Uh, fünf Stück. Okay. Uh, fünf Stück. 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 Ich frage mich, ob man die ganzen Bereiche auch zusammenstufen kann. Uh, fünf Stück. 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 Zwei. Okay. 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 Like, Du hast die Trends freigeschaltet. Sieh dein Fahrrad nach, was ist gerade? Wir können es nächste Woche ändern. Okay. Maximale Herstellungswerte plus ein Raum-Prozept-Fragment. Okay. Die Trend-Traffel zeigt, was gerade besonders gefragt ist. Was du davon vordern... Okay. Keins davon? Okay, super. Okay. 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 modelsc吗? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Dann schürfen wir wieder ein bisschen Stein. Nächste Belohnung. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt ist die Frage, warum war da was und warum ist es nicht mehr da? Na ja. So. Dann haben wir jetzt eröffnet und dann kicken wir mal. So. 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 hier aus. Sauber, noch eins. So. Gucken wir hier oben noch. So. 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 So, das hier noch. So, das hier noch. So, das hier noch. So, das hier noch. So, ich glaube, ich muss gleich mal das Spiel neu starten. Irgendwie ruckelt das ein wenig. So, das hier noch. 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 Das war's für heute. Äh, oh, wir sollten schließen. Das war's für heute. So, schlafen. 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 Okay, der ist belegt. So, schlafen. 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 Ja, schlafen. So, 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 schlafen. Wo, schlafen. So, 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 schlafen.